Ah, ja, ja, doch mal die Hände steifen. Hallo, hallo. Bisschen was? So, bisschen was? Ja, das. Brrr. Okay, dann. Guck mal, Jungs, ich hab ne Idee. Ihr glaubt ja immer, dass ihr so nah die bessere Hälfte habt. Aber ich glaub, heute habt ihr keine Chance. Wir machen nämlich hier die Hälfte. Genau hier. Ihr geht alle zu uns. Die Gewinnerseite. Okay? Genau. Und ich würd sagen, wir fangen auch an. Oh ja. Also, wir wollen euch nicht komplett losstellen. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt meine Tipps noch drauf. Hallo. Kann immer auf seine Seite gehen. Guck mal, der Mädchen rüberkommt. Ich komm gerade seit rüber. Oh, das ist dein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Du kommst nicht in meinem Bereich, ich komm nicht in deinem Bereich. Also, okay. Hätten wir das mal geklärt. So, bis drei. Und dann schreit ihr so laut und vor allem so lang, wie ihr nur könnt, okay? Ja!